Endlich Ruhe. Alle Kinder sind im Bett und schlafen. Die Spülmaschine ist ausgeräumt, der Garten gegossen. Jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten am Schreibtisch und dann ist Feierabend. Ich setze mich an den Schreibtisch, bewege die Maus, die Bildschirme flimmern auf. Ja, und dann stellt sich immer die Frage, schaue ich jetzt noch mal in die E-Mails rein? Oder lasse ich es besser? Es könnte ja noch was gekommen sein, über das ich mich dann den ganzen Abend ärgere. Ich öffne mein Postfach. Tatsächlich eine neue E-Mail. Absender kenne ich nicht. Betreff? Danke. Ich klicke drauf. Lieber Herr Seeburg, vielen Dank für Ihre letzte Predigt auf YouTube. Sie hat mir sehr geholfen und gut getan. Mit freundlichen Grüßen. Ich lese die kurze E-Mail einmal, zweimal und ich merke, dass ich mich richtig freue. Richtig freue. Ich freue mich, dass ich einem anderen Menschen ein wenig helfen konnte. Aber ich freue mich vor allem, dass dieser Mensch dann auch einfach zu mir Danke gesagt hat. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, beim Pfarrer brauche ich mich nicht zu bedanken, der kriegt schließlich Geld dafür. Aber die Erfahrung, dass man sich über ein ehrliches Danke richtig freut und die Erfahrung, dass es wirklich frustrierend ist, wenn alles, was man tut, als völlig selbstverständlich abgetan wird, die kennen auch die meisten Menschen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren. Diese Erfahrung muss sogar Jesus selbst machen. Zehn Männer mit schwerer Hautkrankheit hat er geheilt und ihnen so ein neues Leben ermöglicht. Von neun hört er nie wieder etwas. Ein einziger kommt zurück und der sagt Danke, Jesus. Und ich bin mir sicher, auch Jesus hat sich über dieses Danke so richtig gefreut, wie es eben jeder andere Mensch auch tun würde. Natürlich spielt beispielsweise unser Posaunenchor vor allem zur Ehre Gottes. Aber trotzdem freut man sich, wenn man hört, hey, danke, heute war es richtig schön. Klar, man merkt im Kindergottesdienst, wenn es den Kindern Spaß macht. Aber wenn dann auch mal eine Mutter sagt, mein Sohn geht immer richtig gerne zu euch, das tut schon auch gut. Was ich in der Geschichte von Jesus und den zehn Aussätzigen in der Bibel übrigens besonders spannend finde, von sich aus hat Jesus die zehn Männer nicht geheilt. Erst als sie ihn angesprochen und darum gebeten haben. Erst dann ist er aktiv geworden. So ein persönliches Bitte kann ja oft wirklich Wunder bewirken. Wenn ich in einem Gemeindepriefartikel Mitarbeiter suche, dann ist die Resonanz meistens überschaubar. Aber wenn ich zum Menschen hingehe und sie persönlich anspreche und um etwas bitte, dann sagen die wenigsten Nein. Bitte und Danke. Zwei so kleine Worte, die aber eine richtig große Wirkung entfalten können. Und das wissen wir eigentlich auch. Trotzdem sind es Worte, die wir verhältnismäßig selten hören. Oft ist es eher so, dass wenn der Vorstandsvorsitzende nach 18 Jahren zurücktreten will, dass erst einmal niemand Danke, dass du das so lange gemacht hast, sagt, sondern eher Jetzt komm, also eine Periode kannst du doch noch machen. Wenn sich jemand aus dem Ehrenamt zurückzieht, dann hat er sicherlich auch seine Gründe. Das muss ich dann auch einfach mal respektieren. Das ist es nämlich auch oft. Dieses Problem, dass viele Menschen Angst haben, dass wenn sie einmal etwas machen, dass sie dann nie wieder aus der Nummer rauskommen. Dann freut man sich nämlich, wenn man gefragt wird. Und wenn das, was man tut, auch gewürdigt wird. Und an dem Punkt müssen wir uns alle vielleicht ein wenig selbst an die Nase fassen. Die meisten Menschen würden gerne öfter ein ernst gemeintes Danke hören. Das heißt aber auch, dass diese Menschen selbst einfach öfters einmal Danke sagen müssten. Man muss es ja nicht gleich übertreiben und das gesamte Umfeld mit Dank nur so zuballern. Das würde irgendwann ja auch hart nerven. Aber ich breche mir doch auch keinen ab, wenn ich ab und an auch das würdige, was Menschen freiwillig so für andere machen. Ich bin mir übrigens sicher, genauso wie wir uns über ein Lob und ein Danke freuen, freut sich auch Gott darüber. Dass ich bemerke, was er alles für mich tut. Dass ich abends vor dem Schlafen, wenn ich einen schönen Tag gehabt habe, wenn ich gesund bin, wenn ich gelebt habe, auch zu Gott sage, danke Gott für alles. Das hast du gut gemacht. Amen.